Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei ARK und ich habe es mir aus den Kommentaren rausgesucht. Vikings habe ich es einfach mal genannt, das ist, denke ich mal, der einfachste Name, den man dafür nehmen kann. Ich danke euch vielmals für die ganzen Vorschläge, hat mir mal gefallen, so viele Kommentare mal wieder zu haben, dass ich mal ein bisschen durchblättern konnte und mir ein bisschen nachlesen konnte. Deswegen ist gestern auch ein Video ausgefallen, weil ich einfach mal einen kompletten Durchblick haben wollte. Wo sind wir stehen geblieben? Wir haben, ich habe das letzte Mal nicht weiter gemacht, ich war irgendwie, keine Ahnung, ich war ein bisschen durch nach der letzten Folge. Aber, ja, die Hütte, die haben wir gestellt. Starthilfe. Offlineschäden verhindert. Dankeschön für die Starthilfe, wenn es nicht geht. Darfu. Danke, Darfu, aber ich kann da nicht ran. Dann musst du die Kiste vorher, glaube ich, freigeben, ich weiß gar nicht, ob das geht. Aber dann wird geklaut. Ich mache erst mal das Feuer aus, sonst weiß ja jeder, wo ich bin. Ähm, ich weiß gar nicht, wer online ist. Der Tic-Chan. Ich nehme mal kurz Kontakt zum Tic-Chan auf. Tic-Chan. Hey, da. Tic-Chan-Nabe. Salut. Hallo. Hallo. Wo geistert ihr denn rum? Irgendwo bei dir. Da, wo du nicht bist. Also, ich bin hier bei Tic-Chan im Haus. Das ist irgendwie gleich in meiner Nähe. Das ist, ja. Keine Hilfe. Einer zu Hause? Mach mal die Tür. Nein, da ist keiner zu Hause. Ich mache mal die Tür auf. Lass mal stehen. Ja, mach mal. Bleib stehen. Tic-Chan, wo bist du? Ich bin, wenn du da runterläufst an dem Strand, sind wir. Reicht, ich komme zu euch. Ihr müsst mich sowieso einladen. Ja. Und wir brauchen deine Hilfe. Ihr braucht, ihr braucht, was? Ihr braucht meine, meine Hilfe? Wir brauchen deine Hilfe. Meine. Wahnsinn. War nicht gedacht. Ich bruche damit Gott im Ziel. Wahrscheinlich als Köder oder so. Ja, ich sehe schon den Terry da rumrennen. Wo genau seid ihr? Ich bin jetzt beim Wasser. Ähm. Lachen wir mal schnell. Die sind überall so viele Terrys und Raptoren. Wie soll ich denn da hinkommen? Ihr habt echt einen Scheißfahrt ausgesucht. Lauf, lauf, lauf. Ne, so schnell bin ich nicht. Ich sehe da hinten schon wieder einen Raptor rumdüsen, einen Terry und Kacke und alles Mögliche. Kacke kannst du mitnehmen? Kacke? 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 Also wenn da Kacke rumdüsen, dann würde ich mir Gedanken machen. Ja, da hinten. Dann läuft das ja auch selber irgendwas falsch. Blau laut dem Wasser. Ich mach deine Besen sicher. Ich mag es schon. Oder ist da irgendeiner gestorben? Das sieht so aus. Da hinten ist irgendwas. Ich hätte da drinnen auch eine Spitzhage und eine Axt. Du musst mich mit deinem Fäuchst. Wie nenne ich den Charakter? Jetzt sieht es aus. Wo bist du da? Jetzt auf. Ich glaube, da wurde einer von dem Raptor gefistet. Ja komm, greif den Petri an. Jetzt kann ich da vorbeirennen. Die Tee 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 ich gehe da nicht noch mal hin was gackert ihr denn? jetzt kommen alle Kompis auf mich hoch durch den Felsen raus bohren Level 10 jetzt verdorst dich noch die Frauen brauchen Öl also ich stehe jetzt hier bei dem Bronto und der latscht hier um mich rum Achtung unter den Brontos sind Kompis und ja genau die habe ich alle zu dir gelockt da rennt irgend so ein Spinner hinten rum das kann doch nicht sein wir sind unten am Wasser genau der rennt in die falsche Richtung hier unten am Wasser ah seh dich ja ja Ticks Orientierung ist sich gerade ja 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 du bringst Kompis mit am Arsch geh weg find ich der Ausdauer super hier da kommen 5 Kompis runter am Arsch ich lauf nicht zu dir und sieh mal lauf hier rauf wo ich jetzt bin spielst du doch doch einfach her rauf 5 6 Stück hinter dir lauf Tick ja das geht noch war 19 Ausdauer im Arsch geht nix warte ich denke du bist Schweizer ihr müsst noch Berge krabbeln können und so ja ja da vorne ist Fira lauf einfach wo ich bin ja ich halt ja ich seh dich halt aber Abstand zu dir du hast Kompis hinter dir das ist gut und jetzt geb ich die Fira die Kompis und dann können wir ran nennen am Popo da am Popo hauen ab hauen schenk am Popo willst du sein genauer ja ich mach dir den Sorgen der Führer das Führer bringt so am Öppchen so nicht dein Ehren das Rett hat ja sicher echt manchmal da läuft einer ohne Tribe ja das kann nur klar sein aber wo ah jetzt kommen sie weiter auf mich jetzt hab ich einen an der Backe wenn ich jetzt sterbe ne das ist Feierabend ich hab keinen Bock mehr ich bin über eine halbe Karte gelaufen ja komm ich kümmer mich drum ja hier auf Frauenpower oder so ne und er ist bewusstlos jetzt sind sie ja jetzt nehme ich hier ich lass ihn schon mit Kompis und du leidst du da Level ab so lad mich mal ein so ich kann ich kann mich nicht einladen du witzbold du bist kein Admin ne nö 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 ah tic jetzt regnet das nicht ich muss extra zum Strand runterlaufen ah Kompis lauf wo ist denn die Kackhöhle jetzt wieder wo ist denn die Kackhöhle jetzt wieder nicht da wo du bist nicht da wo ich bin und wo die Kombis sind ach da ja mach das immer drauf da immer drauf genau so machst du das genau so ich helfe dir mal ein bisschen ich hab hier einen K.O. schlagen Aua ey den Arsch beißt der ist Level 77 am Arsch weg hier ha 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 ja mach das Ding Dick wo bist denn du nimm mich doch jetzt endlich bei den Kai Tribe auf wenn ich sterbe und mich nicht noch mal den ganzen Weg glaub ich renn hier rum da da no ich seh dich kaum war hier alles weil der Regen wie oft ringet das hier eigentlich der ist tot ich wollte ja alle Konti ist tot Center regnet alle alle paar Minuten ach was du dumm oder so ach komm mal da rein da in die Hüten naja immer so ja genau Hauptsache die Männer vergnügen sich und die Frau muss arbeiten ja so ist das richtig so sieht er aus Emanzipationssitzende genau wo ich grad sagen es ist Emanzipationsrecht ihr dürft genauso viel arbeiten wie dir So, jetzt gucken wir mal, warum regnet es denn in der Höhle? Wessen, wessen, wessen Mitte ist? Vorne die Bären da, ja. Jetzt sind schon wieder vier. Ein Fundament steht. Aber ein paar von drei, vier, fünf Fundamente. Ich brauch Feuerstein. Ah, was greift mich denn jetzt hier an? Ey, du Arschloch, was klaust du mich denn an? So ein Penner. Blödes Vogelfieh, pissig. Die sind scheiße, die Fluchdinger da. Die sind so schnell. Mitte 13, jetzt flattert er hier. Ich hab ne Sperrentaschen, hau ab. Jetzt hat er mir die Waffe geklaut. Was weiß ich? Nix ist okay. Deine Leicht. Ja, ist alles gut. Ja, ist alles gut. Ja, ist alles gut. Wir hätten hier schon wieder alles abgeholzt. Du! Was ist das denn hier für ein Stroh von der Mannswerter? Ja, ich baue die ganze Zeit und reiße sie immer wieder ab. Achso. Alter, fliegt er immer noch um mich rum. Hau ab! Jetzt mach ich mir einen Bogen. Ey, zuck deine Taschen, hau doch mal ab! Wann ist das denn mit ihm in Ordnung? Das ist ja scheiße. Das ist ja scheiße. Macht Spaß, oder? Jaja. Die gehen mir hart auf den Beutel. Es flattert da. Ja, flieg zu Fira hin. Nicht! Jetzt kommt der schon wieder hier. Ich will hier farmen. Mensch, dass ich das mal sage. So. Ja, ja, ja. Wunder. Waffeln. Ich mach gleich die Lumberstation fertig. Den brauchen wir bis oben Holz reinschmeißen. Nein! Oh. Sag mal. Was? So irre, oder? Hä? Wah. Ich rennt hier mit dem Speer wie so ein Irrer an mir vorbei. Ja, ich hab eigentlich gedacht, dass mich da in Ruhe lässt und zu dir geht, aber irgendwie. Ja, genau. Irgendwie ist der blöde Vogel was von mir. Es rennt da unten rum. Links von dir. Links von dir ist er. Links von dir ist er. Ist das dein Herz? Genau da unten. Haben wir noch links von dir? Gleich kommt er hinter dir. Wie? Da unten ist er jetzt Richtung Wasser. Da. Er rennt wieder zur Basis hinten hin. Ich hab mich in Ruhe geklaut. Ich bin endlich grad den scheiß Vogel los. Ach, das bist du! Das hab ich noch die ganze Zeit. Mann, ey, ich wollte dir eins draufbrezeln. Ja, ich weiß, deswegen sag ich, lass mich in Ruhe. Hier rennt irgendwo ein Vogel rum. Nee, jetzt nicht mehr. Du hast mir nicht gefolgt. Hörst du mich zu schießen, dick, sonst bring ich dich wirklich ab. Das ist ganz gut, kannst du machen. Hey, ich! Okay. Du hast nen Speer. Der meint's ernst. Ich hab dir gesagt, ich bring dich auf, wenn er mich nicht in Ruhe lässt. Ja. Klar, was? Das ist genau so. Du brauchst dich hinten gar nicht verstecken mit deinem kleinen Bogen und auf mich schießen. Du ein Schweinesack. Was ist noch? Fragst du mal denn grad? Ist nicht in unserem Tribe, wird getötet. Back me. Hey, mach mal dabei. Aber dann warte mal ab. Wir sind auf Level 11 und da kann man uns schon eigentlich klären. Ich stell's einfach mal neben Eingang vorne hinweg. So. Hier kommt das Holz rein, da schmeißt du das Lamm, äh, da kann man mal ein Lamm draus machen. So. Level 17, kann man noch an die Stütz. Lampers und Dichter. So. Ich erstelle es, Freunde. So schön. Mein Erdienst, jetzt warte mal, hast du noch ne Dings? Ne Dings? Äh, ne. Hetz schon, ja. 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 Ja, ich muss mal eben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Mann. Das, der blöde Bogen wollte nicht nachladen. Kack Bogen. Hä? Warum bin ich jetzt unten am Strand? Ich hab aufs Bett gedrückt. Puh, ich bin endlich wieder in der Basis. Wui. Wui. Glückwunsch. Dafür bekommst du jetzt einen Orden. Ja, toll. Und ich komm mal in mein Zeug nicht ran. Weil's in der Wand festhängt. Oh ja. Dafür bekommst du keinen Orden. Nein. Da, 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 da gibt's doch nicht. Es steht da, verfällt in 31 Minuten, Itemspeicher, 50 Eigentümer klaut. Das bin ich, ja. Aber, es steht nicht da, dass ich es öffnen kann. Hm. Duck dich mal, er leg dich hin. Hab ich schon probiert. Mal hier in Zeit. Du seht, du teilst aber nicht. Am Arsch. Genau. Vielleicht sollte mal jemand anders hingehen und der kann das vielleicht rausnehmen, weil das da anders liegt. Hat ich vorhin ein paar Mal gesagt, hat aber irgendwie keiner interessiert. Ne, also egal. Ja, ist ja gut. Du bist weiter ignoriert. Ja, ich werde dich komplett ignoriert einfach nur. Was soll ich zum Kotzen? Ja, das ist ja gut, dann ignorieren wir dich halt weiter. Und warum zu Hölle kann ich nicht mehr aufstehen? Ich häng in der Hocke fest. Box ihn mal. Oder töte den. Ja, warte, ich bin gleich da. Ja, du stehst vor der Tür und machst nichts. Ich komm nicht mehr aus der Hocke raus. Jetzt. Ich kann da drauf drücken, wie ich will. Ich kann doch nicht springen. Ist ja gar nicht. Jetzt geht's wieder. Ich musste mich nur komplett hinlegen. Da ist mein Zeug drin. Ich komm da aber nicht ran. Kommst du da ran? Das gibt's doch nicht. Das ist genau vor der Nase. Das ist ein Beutel. Man kann nichts machen. So. So, jetzt geh mal ein paar Schritte nach vorne. Wenn du in die Hocke gehst, dann komm mal wieder raus. Dann kannst du nämlich nicht mehr aufstehen. Bei dir geht das bei mir nicht. Ach, arg. Das war jetzt eine inoffizielle Aufforderung, dich zu bitten. Ja. So, die Bären sind aber immer noch nicht weniger geworden. Weil wir mal gestorben sind. So, ich hab jetzt die Schnauze voll. Jetzt mach ich mal einen eigenen Treib. So, anfangen im Spiel. Das macht gerade Spaß. Die sterben dann da und mehr als ich. Huch, da kommt ein Bärchen. Ja, ich hab den angeschossen, aber irgendwie hat er das nicht kapiert. Nicht kapiert. Aua. Ach, ja. Ich baue mir hier irgendwo so eine kleine, süße Farm auf. Genau. Da können mich alle mal. Paar Dodos. Ja, gut. Ich weiß auch nicht, wie viele Stunden wir jetzt noch an dieser Höhle sitzen wollen. Ich weiß auch nicht, wir haben bis jetzt noch nichts ordentlich, wir haben nichts gemacht, was irgendwie brauchbar wäre, oder? Ach, die Lamberbank. Die hab ich eh gemacht. Komm, ich hab oben schon fast eine Holzhütte stehen. Ah, range... ChSáer-Clung-Wirke z. 128. Haikzi. Ah, mangere Hello Store. Okay, wir müssen eng... Jetzt brühe ihrer Klumbe ¡Altar! Jetzt hab ich wieder eine halbe Stunde warten. Ich hab dem nichts getan. Da kommt hier die Lophosaurus an, beißt den Bronto. Der Bronto holt aus und klatscht mich weg. Jaja, ich kenn deinen Weg. Au mir. Ich hab grad die Tür vor der Nacht zugemacht. Auf Wiedersehen. Das war alles so schön mit dir. Ja, war schön mit dir. Kann ich nicht sagen, aber... Bisschen lassen werden. Ah, ich hab so aufhören, wenn ich das jetzt nicht erinnere. Braucht noch Fasern, ich werde. Nein! Warum hast du's getan, dich? Ich hab's getan. Ach! Ah! Ah! Und jetzt kommt der Licht hier noch. Und jetzt kommt der Licht hier noch. Leder hab ich genug. Tick! Warum? 200. Wie viel ist das? Guck mal hier in der Lunderstation. Da ist noch was. Keine Absicht. Nicht, oder? Jetzt ist gerade alles hinter mir her. Arky ist gegen mich. Jetzt ist es nicht mehr gut. 102. Hast du genug? Jetzt hau ab! 150. Passt dir. Was schreibst du denn? Das ist schön. So, auf, nach dort. So. Auf, nach dort. Cool. Danke für den Druck. wieder. Denk dran, wenn da ein Bronto ist, ne? Nicht auf den Bronto schlagen. Das ist nicht gesund. Nein, nein, nein. Tick wollte nur Leder haben. Ja. Bronto. Das war ne Bronto angreifend. Vier Leder. Vier Leder. Ja.